Willkommen zu diesem Video aus der Serie, wo ich Ihnen möglichst kurz Fragen aus meiner Probeklausur erkläre und löse natürlich auch. Denken Sie daran, die Hintergründe hierzu müssen Sie irgendwo anders herbekommen, zum Beispiel aus meiner Open Access Einführung, Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Die können Sie unter dem Link, der in der Beschreibung des Videos steht, herunterladen. Wir kommen ohne weitere Umschweife zu einer weiteren Aufgabe über Phonologie, die wird Ihnen jetzt auch nochmal eingeblendet. Hier geht es um Sonorität und zwar ist das ein ganz einfacher Aufgabentyp, da sollen Sie einfach Sonoritätsdiagramme für die folgenden, in dem Fall zwei Silbler zeichnen. Und wir machen das jetzt mal und ich sage Ihnen einfach nur anhand von diesen beiden Beispielen, worauf Sie bei so einer Aufgabe achten müssen. So sieht das typischerweise in meinen Klausuren aus, das heißt Sie bekommen hier ein transkribiertes Wort, das ist bereits transkribiert. Und hier ein Raster, um die Sonorität abzutragen. Diese Buchstaben stehen für Plosiv, Frikativ, Nasal, Liquid, Vokal. Bevor wir mit den konkreten Wörtern aus der Probeklausur anfangen, zeige ich Ihnen jetzt hier erstmal ein einsilbiges Wort, Blau, um zu illustrieren, wie diese Art von Diagramm erstellt wird. Wir stellen hier erstmal nur fest, diese Segmente, die hier notiert sind, sind das Plosiv, Frikativ, Nasal, Liquide, Vokale. B ist ja ein stimmhafter, bilabialer Plosiv und das heißt wir können hier sagen, okay, das ist ein Plosiv. Wir markieren das hier. Dann kommt L, das ist ein Liquid, das ist zweifelsohne, hier oben abzutragen. Und dann haben wir den Vokal im Kern der Silbe, in dem Fall ein Diphton. Das heißt wir können hier abtragen, das ist ein Vokal. So ergeben sich erstmal hier diese Punkte für die einzelnen Segmente, in diesem einsilbigen Wort in dem Fall. Und jetzt können wir die natürlich verbinden, Silbe für Silbe. Hier gibt es nur eine Silbe. Und was wir erwarten, gemäß der Regularität, dass Silben im Wesentlichen der Sonoritätskontur folgen, ist, dass es hier ein Auf und Ab gibt oder nur ein Auf, aber niemals ein Auf, Ab, Auf zum Beispiel oder ein Ab, Auf, Ab. Das heißt wir erwarten hier für die einzelnen Silben im Grunde eine ganz bestimmte Art von Kontur. Und bei den mehrsilbigen Wörtern, die wir uns jetzt angucken, wollen wir im Grunde für jede Silbe sowas hier sehen. Es kann natürlich komplexere Fälle geben, dadurch dass wir extrasilbische Segmente haben, dann ist es halt kein reines Rauf und Runter, dann kann das nochmal rauf gehen oder am Anfang einmal runter gehen. Und wenn wir mehrere Silben haben, müssen wir natürlich die Silbengrenzen finden und da gegebenenfalls diese Kurve absetzen, um dann wieder unsere erwarteten Sonoritätskonturen zu sehen. Und da schauen wir uns jetzt die beiden Wörter aus der Aufgabe an. Das heißt, überlegen Sie jetzt kurz, wie Sie diese Segmente einsortieren würden. Und dann machen Sie hier Kreuze, in welche Klasse Sie diese Segmente jeweils einsortieren. Ich zeige Ihnen also ein Beispiel erstmal. Sch ist ein Frikativ. Setzen Sie das für die anderen Segmente fort. P ist ein Plosiv. R ist jetzt phonetisch eigentlich ein Frikativ. Das können Sie im Prinzip auch relativ gefahrlos so einsortieren. Der Punkt ist aber, dass zum Beispiel in meinem Buch dafür argumentiert wird, dieses R für diese Zwecke als sogenannten Liquid einzusortieren. Das Ziel bei dieser Aufgabe ist ja die Sonoritätskontur und da auch die Silbengrenzen zu sehen. Das heißt, wir wollen das jetzt eigentlich hier diese Punkte verbinden, um zu sehen, ob sich die erwartete Sonoritätskontur ergibt. Dazu müssen wir uns jetzt überlegen, wo ist hier die Silbengrenze. Und wenn Sie hier Schwierigkeiten haben, empfiehlt es sich nochmal, das Video zum Silbengelenk anzuschauen. Denn was Sie hier haben, ist ein Trocheus. Springen. Sie haben hier an der möglichen Silbengrenze nur einen Konsonanten, nämlich N. Sie haben hier einen ungespannten Vokal. Und damit wissen Sie, Sie haben hier ein Silbengelenk. Dieses N ist ein Silbengelenk. Das heißt, die Silbengrenze verläuft sozusagen durch dieses N, wenn Sie das so wollen. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, wie markieren Sie das? Auf jeden Fall verbinden wir erstmal das hier als die erste Silbe und dann das hier, diese drei, als zweite Silbe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich habe hier zwei Silben. Ich möchte ja eigentlich Sonoritätskonturen immer nur für eine Silbe feststellen und nicht für so ein ganzes Rauf und Runter. Das heißt, wir müssen irgendwie sagen, okay, hier ist eine Silbe zu Ende, obwohl wir die Kurve nicht absetzen können, weil da ein Silbengelenk ist. In meinem Buch wird das durch die Raute markiert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Silbe, die folgt der Vorhersage. Die Sonorität steigt und fällt wieder. Und hier mit Springen haben wir eine Silbe, da haben wir zwar hier auch einen Anstieg und dann wieder einen Abfall, aber wir haben hier vorne, naja, da fällt die Sonorität einmal. Da sehen wir aber, das ist ein Sch, das heißt, wir wissen, das ist extrasilbisch. Das ist die Art, wie in diesem Aufgabenformat gedacht wird. Das heißt, Sie müssen einordnen, was sind das hier für Arten von Segmenten, also plosifrikative, nasale, liquide, vokale. Das können Sie ja natürlich einfach so abtragen, aber um die Sonoritätskontur zu sehen, wollen Sie das verbinden, Silbe für Silbe. Hier gibt es jetzt keine, in Anführungsstrichen, saubere Silbentrennung, weil das hier ein Silbengelenk ist, das müssen Sie markieren. Und Sie sehen, automatisch hier gibt es eine Verletzung des erwarteten Auf und Ab. Das heißt, wir müssen hier auch noch feststellen, das ist extrasilbisch. Hier haben wir jetzt das zweite Wort aus der Aufgabe. Überlegen Sie mal ganz kurz, welches Wort das hier ist. Es handelt sich um das Wort gezeigt. Die Strategie ist jetzt wieder sehr ähnlich. Wir fangen einfach mal an und tragen die Segmentklassen für diese einzelnen Segmente hier ein durch Punkte. G ist ein stimmhafter Plosiv. Ä ist ein Vokal. Tz habe ich jetzt hier als Plosiv abgezeichnet. Da sage ich gleich noch was dazu. Ai ist ein Diphtong, also vokalisch. K und T sind wieder Plosive. Beide stimmlos. Bei dem Tz habe ich gesagt, ich will noch mal was dazu sagen. Im Buch drücke ich mich so ein bisschen um die Frage, ob die Afrikaten nun als Plosive oder Frikative eingeordnet werden sollen. Es spielt im Wesentlichen keine Rolle. Es ändert sich eigentlich nichts an der Beschreibung. Es ist aber aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen will und kann, zielführender wahrscheinlich sie als Plosive einzuordnen. Jetzt wollen wir natürlich diese Punkte wieder verbinden, um die Sonoritätskonturen sehen zu können und dafür müssen wir zuerst die Silbengrenzen bestimmen. Überlegen Sie mal, wo hier die Silbengrenze sein könnte. Die Silbengrenze verläuft hier zwischen diesem Schwa und dem T. Warum? Es kann kein Silbengelenk sein, weil gezeigt kein Trocheus ist. Das heißt, wir können sofort ausschließen, dass das ein Silbengelenk hier ist, das Tz, denn das Silbengelenk kann nur im Trocheus auftreten. Da wir jetzt wissen, dass es kein Silbengelenk sein kann, haben wir aber immer noch die Möglichkeit, gezeigt, das wäre der rote Strich als Silbengrenze, oder gezeigt, also der grüne Strich hier als Silbengrenze, anzusetzen. Und die Frage ist, warum ist es die grüne Silbengrenze und nicht die rote? Jetzt werden Sie natürlich sagen, gezeigt, das weiß ich intuitiv, dass das keine gute Silbifizierung ist. Wir können es aber auch systematisch erklären. Wenn Sie sich anschauen, was wir bekämen, wenn wir den roten Strich als Silbengrenze annehmen, dann hätten wir hier die Möglichkeit verschenkt, dieses Tz in den Anfangsrand der zweiten Silbe zu nehmen. Und das Prinzip der Anfangsrandmaximierung sagt uns, wenn wir was in den Anfangsrand einer Silbe nehmen können, in einer Wortstruktur mit mehreren Silben, dann sollen wir das auch tun. Das andere Argument ist, dass wir natürlich hier den Glotalplosiv nicht haben. Wenn das wirklich das rote, die Silbengrenze wäre, dann hätten wir gezeigt mit Glotalplosiv. Haben wir hier nicht. So wird das Wort nicht ausgesprochen. So steht es auch nicht hier. Das heißt, wir können aus diesen beiden Gründen diese rote Silbengrenze ausschließen. Das heißt, wir können jetzt die Konturen tatsächlich erstellen. Ge-Zeigt. Und jetzt haben wir hier am Ende noch was. Das sieht aus wie ein sogenanntes Plateau, ein Sonoritätsplateau. Das heißt, es folgen einander zwei Segmente, die dieselbe Sonorität haben. Das ist im Deutschen jetzt nicht prinzipiell ausgeschlossen. Das ist jetzt auch nicht gerade häufig, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Die Frage wäre halt wieder, wenn Sie ein T oder ein S am Ende einer Silbe sehen oder am Anfang einer Silbe, haben wir jetzt hier nicht, dann ist es immer ganz gut zu überlegen, ob das vielleicht extrasilbisch ist. Es wäre auf jeden Fall extrasilbisch, wenn die Sonorität hier wieder hochgehen würde. Ge-Zeigs. Das ist kein Wort. Könnte eins sein. Dann würde hier die Sonorität wieder hochgehen. Das wäre dann auf jeden Fall extrasilbisch. Hier haben wir aber eben, wie gesagt, so ein Plateau, ein Sonoritätsplateau. Das heißt, der einzige Grund, warum das eventuell extrasilbisch sein könnte, wäre die Schwere der Silbe. Das überprüfen wir jetzt auch nochmal. Der Diphthong hat zwei Mohren. Das K hat eine Mohre. Damit haben wir drei Mohren. Und das heißt, wir können dieses T nicht dem normalen Endrand zuschlagen. Wir müssen das nullmohrig zählen. Und das geht nur, wenn es extrasilbisch ist. Das war es auch schon wieder für dieses Video. Fragen und Anregungen schreiben Sie mir in die Kommentare. Ich freue mich über alle Kommentare, Likes, Dislikes und Subscribes. Und damit bis zum nächsten Mal.